Die Avia kam zu uns mit einer ganzen Reihen von sehr, sehr spannenden Fragen. Die Avia, ein Unternehmen, was seit 60 Jahren im deutschen Energiegeschäft tätig ist, hat sich auf den Weg begeben, neue Technologien, neue Themen aufzusetzen. Deswegen war für uns die Zusammenarbeit, die wir 2018 gestartet haben, mit der Macromedia Hochschule unheimlich hilfreich und sinnvoll. Die Digitalisierung ist ja insgesamt bei fast allen Branchen und Unternehmen sehr, sehr wichtig. Und zum Beispiel war bei denen der digitale Vertrieb ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Avia hat ja in 800 solcher Tankstellen immer Geschäfte. Und die Frage war, wie kann man die gestalten, wie kann man die auch zukunftsgerecht gestalten, zum Beispiel bei autonomen Fahrzeugen, die vorbeikommen, oder auch bei künftigen elektronischen, also E-Drive-Fahrzeugen. Neben diesen ganzen inhaltlichen Schwerpunkten, die gesetzt werden, gibt es natürlich vor allem auch persönliche Herausforderungen, auf die man natürlich im Zusammenhang mit so einem Projekt trifft. Und für mich war es wirklich, dass ich das erste Mal einem realen Kunden aus der Unternehmenswelt gegenüberstand und für diesen ein reales Projekt auch umsetzen durfte. Es war schon sehr spannend, weil am Anfang mussten wir Teams bilden. Wir kannten uns alle noch nicht wirklich und es war einfach sehr, sehr schön zu sehen, wie über die ganze Teamarbeit und über das Semester hinaus dann auch wirklich Freundschaften entstanden sind. Egal wo man irgendwie Hilfe gebraucht hat, man sich immer gegenseitig unterstützt hat und damit eigentlich nicht nur viele kleine Projekte, sondern eigentlich auch ein ganz großes daraus resultiert. Musik 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 Musik